Vier Kerzen am Adventkranz, alles ruhig herum und still. So leise, dass man meinte, dass eine Kerze sprechen will. Ich heiße Frieden, sagt die Erste, doch mein Licht hat kaum noch Kraft. Weil sich der Mensch auf Erden nicht allzu viel aus Frieden macht. Frieden, Glaube, Liebe und die Hoffnung von einem Kind. Vier Lichter an der Krippe sind als Zeichen für uns bestimmt. Für Frieden, Glaube, Liebe und die Hoffnung ein kleines Licht. Vier Lichter an der Krippe strahlen uns Freude ins Gesicht. Doch die zweite Kerze sagte, es nennt sich Glauben mein kleines Licht. Doch bin ich schwach und müde, weil von Gott niemand mehr spricht. Ganz leise und sehr traurig, sagt die dritte von den vier. Und wenn der Mensch vergisst zu lieben, dann wird auch ich den Glanz verlieren. Für Frieden, Glaube, Liebe und die Hoffnung von einem Kind. Vier Lichter an der Krippe sind als Zeichen für uns bestimmt. Für Frieden, Glaube, Liebe und die Hoffnung ein kleines Licht. Vier Lichter an der Krippe strahlen uns Freude ins Gesicht. Dann kam ein Kind herein ins Zimmer und es entdeckte ganz entsetzt. Ihr sollt doch leuchten, meine Kärten begann zu weinen, zutiefst verletzt. Hab keine Angst, mein kleines Kind, sprach nur die letzte von den vier. Ich bin's, die Hoffnung, ich bin doch hier. Siehst du mein Licht, ich bin bei dir. Für Frieden, Glaube, Liebe und die Hoffnung von einem Kind. Für Frieden, Glaube, Liebe und die Hoffnung von einem Kind. Vier Lichter an der Krippe sind als Zeichen für uns bestimmt. Für Frieden, Glaube, Liebe und die Hoffnung von einem Kind. Vier Lichter an der Krippe strahlen uns Freude ins Gesicht. Vier Lichter an der Krippe strahlen uns Freude ins Gesicht.